Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Restaurantbesuch nur noch für Geboosterte, auch Union für Präsident Steinmeier und massive Kritik am Hunderegister. Und damit hallo und herzlich willkommen bei den TV Berlin Nachrichten am Mittwoch, den 5. Januar. Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Goethe hat deutliche Verschärfungen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Berlin ins Spiel gebracht. Generell sei aus ihrer Sicht wichtig, dass Schutzmasken konsequenter getragen würden. Sie könne sich deswegen eine Vorschrift zur Pflicht von FFP2-Masken im ÖPNV aber auch im Einzelhandel vorstellen. Laut Goethe müsse man aber auch darüber reden, ob in der Gastronomie nur noch Zutritt für Geboosterte oder Geimpfte mit negativen Tests erlaubt sein sollte. Nachdem sich SPD, FDP sowie seit Dienstag die Grünen für eine zweite Amtszeit des aktuellen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ausgesprochen haben, erhält die erneute Kandidatur des 66-jährigen SPD-Politiker nun auch die Rückendeckung der Unionsfraktionen CDU und CSU. Das berichten mehrere Medien aus Parteikreisen. Die Wiederwahl scheint damit sicher, es wird nur einen AfD-Gegenkandidaten geben. Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat eine neue Corona-Impf-Offensive angekündigt. In den 49 städtischen Familienzentren soll es Impfungen für die ganze Familie geben. Laut Giffey soll zudem vermehrt mit Angeboten an die Einwanderer-Community in sozialen Brennpunkten geimpft werden. Für Beschäftigte der kritischen Infrastruktur sollen spezielle Impfstraßen eingerichtet werden. Die BVG legt im Fall des Würmchenmusters Berufung ein. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zuletzt unterlag die BVG im Rechtsstreit um das Urban Jungle Muster Design für Sitzpolster gegen den ursprünglichen Erfinder. In dem Fall geht es nicht nur um die Nutzung des Musters für Verkehrsmittel, sondern auch um zahlreiche Produkte des BVG-Souvenir-Shops. Der Boulevard Berlin in Steglitz hat einen neuen Eigentümer. Das berichtet der Branchen-Insider Thomas Daly. Demnach haben zwei amerikanische Investoren die Mehrheit vom französischen Mall-Giganten Clipier abgekauft. Geplant sei nun ein massiver Umbau. Denkbar sei, dass die oberen Etagen in Büro- und Wohnflächen umgebaut werden. Das neue Berliner Hunderegister stößt auf massive Kritik. Seit Jahresbeginn sind Hundehalter in Berlin verpflichtet, ihre Tiere in dem Register anzumelden. Kritisiert wird, dass die Anmeldung vorgeschrieben, aber auch kostenpflichtig ist. Je nach Anmeldungsart muss man 17,50 Euro bis 26,50 Euro zahlen. Der Spandauer Mieterverein hat dazu aufgerufen, gegen das Register zu klagen und äußert vor allem Datenschutzbedenken. Der Nord-Süd-Tunnel der Berliner S-Bahn ist die kommenden zwei Wochenenden gesperrt. Das teilt das Unternehmen mit. Grund sind Bauarbeiten an Stromleitungen und Schienen sowie eine manuelle Tunnelreinigung. An den Tagen 7.1. bis 10.1. und 14.1. bis 17.1. ist die Strecke Yorkstraße bis Gesundbrunnen gesperrt. Betroffen sind die S1, S2, S25 und S26. Es besteht Ersatzverkehr mit Bussen. Der Haupttäter im Fall des bei einem Raubüberfall mit einem Kissen erstickten Ex-Pastor ist verurteilt. Am Montag verhängte das Berliner Landgericht eine Jugendstrafe von acht Jahren wegen Mordes gegen den 22-Jährigen. Ein Mittäter wurde zu dreieinhalb Jahren verurteilt. Der 77-jährige Priester war Juli 2020 tot in seiner Wohnung in Moabit entdeckt worden. Wenige Tage vor dem Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga haben die meisten Teams mit Ausfällen durch Corona-Infektionen zu kämpfen. Union Berlin musste zum Trainingsauftakt auf Rani Khedira verzichten, der sich über Weihnachten angesteckt hatte. Es ist fraglich, ob er Samstag gegen Bayer Leverkusen auflaufen kann. Hertha BSC wird am Sonntag gegen den 1. FC Köln sicher auf Toussaint und Asghar Sieber verzichten, die positive Tests haben. Zurück kommen dagegen C. Fouyck und Boyata. Die Gesundheitsverwaltung meldet für Mittwoch 4.226 Corona-Neuinfektionen in Berlin. Die Corona-Ampel der 7-Tage-Inzidenz zeigt weiter rot. In einer Woche haben sich auf 100.000 Einwohner gerechnet 336,3 Berliner infiziert. Die Krankenhaus-Intensivbetten sind zu 18,7% mit Covid-Patienten belegt. Und damit zu den Wetteraussichten. Am Donnerstag bleibt der Himmel bis zum Abend bei frischen 2 Grad klar. Am Freitag ist ab Mittag dann mit Regenschauern zu rechnen. Samstag wird ebenfalls größtenteils bewölkt. Die Temperaturen bleiben weiter nahezu konstant. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen einen schönen Abend und bis morgen.